Der Solution X2 Fix von Cybex, ein Kindersitz der Gruppe 2 und 3, begleitet Ihr Kind über einen besonders langen Zeitraum und schützt es ab Zögert dem dritten bis hin zum zwölften Lebensjahr. Zur Befestigung wird der Schultergurt durch die Gurtführung an der Kopfstütze gezogen und der Beckengurt zwischen den Armlehnen entlang. Zusätzlich können Sie den Kindersitz mit dem Isofix-System noch besser fixieren. Dafür brauchen Sie nur die Rastarme aus dem Sitz ziehen und ausklappen. Sie greifen fest an der Isofix-Verankerung an der Rücksitzbank und stabilisieren die Position, so dass bei einem Unfall die Belastungswerte für Ihr Kind enorm reduziert werden. Der korrekte und sichere Einbau wird Ihnen grün angezeigt. Über die elfstufig ausziehbare Kopfstütze passen Sie den Sitz genau der Körpergröße Ihres Kindes an. Der lineare Seitenaufprallschutz und die Kopfstütze bieten so auch größeren Kindern zuverlässigen Schutz bei einem Seitenaufprall und bauen in einer Kettenreaktion die Unfallenergie ab. Zusätzlich wird der Körper aktiv in den geschützten Bereich im Sitz gelenkt. Die Kopfstütze können Sie dreifach nach hinten verstellen. Den Seitenprotektor, der ins Fahrzeuginnere zeigt, können Sie entfernen und erhalten so ein größeres Platzangebot auf der Rücksitzbank. So finden neben dem Kindersitz auch zusätzlich zwei Erwachsene Platz. Für Komfort sorgt die hohe Sitzposition, die eine freie Sicht aus dem Fenster ermöglicht, und der atmungsaktive Bezug, der leicht bei 30 Grad ausgewaschen werden kann.